Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einer weiteren schmackhaften Fortnite-Challenge. Heute zusammen mit Florio. Guten Morgen Freunde, was geht? Leute, wir machen heute die Only mit neuen Waffen gewinnen Challenge. Das heißt, gestern war ja ein fettes Update und wir dürfen heute nur mit den neuen Waffen, die reingekommen sind, spielen. Revolver, AK, Dynamit und keine Ahnung, ihr wisst schon, die ganzen neuen Sachen, die halt drin sind. Doppelläufige Schrotflinte. Mal schauen, ob wir es schaffen. Wir gehen natürlich zu einem neuen Ort, auch hier, ne? Loot Lake. Ich hoffe, Loot Lake gönnte uns was. Und? Oh, ich habe schon mal Pömpel, das ist sehr nice. Shit, ich habe nichts Neues. Okay, bis wir eine erste neue Waffe finden, dürfen wir natürlich die erstmal spielen, aber komm, irgendwo muss hier doch noch was Nices sein. Also ich darf mir irgendwas nehmen zum Verteidigen, ja? Richtig? Ja, ja, zum Verteidigen darfst du. Hier ist auf jeden Fall jemand mitgelandet. Schauen wir mal, ob ich die gleich sehe. Unten sind Kisten open. Ich habe ihn gepömpelt. Hab ihn down. Oh, nice. Let's go. Okay. Okay. Nein, Chucky. Okay, ich habe Bunker noch. Buschi darf hier anziehen, oder? Buschi darfst du anziehen, ja. Dürfen auch, hier ist noch ein Grabbler für dich. Junge, ich brauche die neue Waffen. What the fuck? Wieso habe ich nichts Neues? Ich habe auch noch keine neue Waffe. Leute, schreibt mal unbedingt in die Kommentare, wie ihr die neuen Waffen findet, die AK und sowas. Ich finde die eigentlich richtig geil. Der Revolver ist so nicht so gut. Hier ist der Revolver. Ja, nice. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde ich mich extrem drüber freuen. Kostet euch nichts. Genauso wie greater Codefix. Bester Spruch? Okay, ich fette mir kurz hier einen Chucky rein. Also der erste Kill war jetzt eigentlich schon nur mit einem Pömpeler, würde ich sagen. Ich habe den kurz ein bisschen angehittet, aber... Ja, das passt schon, dass die neue Waffe benutzt. Außer man hat doch gesagt, nur mit den neuen Waffen gewinnen. Das heißt, rein theoretisch... Nur den letzten oder... Nein, sowieso machen wir das nicht. So nicht. Hast du irgendwas noch gefunden? Nur das Schießeisen. Okay, dann fliege ich mal kurz nach unten. Ich habe gar nichts. Ein Sturmgewehr. Junge, wollte er mich boogien, ne? Nein. Habe ich genau gemerkt, du kleine Schweinchen. So, hier ist noch eine Kiste. Nichts. Da ist eine AK. Okay, ich habe wenigstens eine AK jetzt. Wir müssen richtig auf Ding spielen, ne? Richtig auf Long Range jetzt in dieser Challenge. Oh, nein. Nein, ich wollte nicht so hoch. Was ist denn das jetzt? Hast du schon mal die Doppläufige gesehen? Die ist super selten, glaube ich, ne? Ich habe die schon... Ich habe auch heute nicht, aber ich habe die generell schon mal gesehen, ja. Einmal habe ich die gesehen bis jetzt. Auch schon kurz mal gespielt, aber war... Oh mein Gott, Freunde. Wir müssen eine kleine Ausnahme machen. Die Hunting Rifle ist natürlich auch eine neue Waffe, habe ich gehört. Digga, auf keinen Fall leg die sofort weg. Nein, ich kann die nicht liegen lassen. Digga, leg die weg. Ich kann die nicht liegen lassen, Bro. Challenge ist Challenge. Aber das ist eine Hunting in Blau. Ja. Das ist Pech, würde ich sagen. Bro, ich kann die nicht liegen lassen. Mein Herz bricht, wenn ich die liegen lasse. Leben ist hart. Ja, okay. Leute, schreibt mal Rest in Peace Hunting Rifle in die Kommentare. Ich werde dich vermissen, Bro. Okay, ich lasse die da. Lass mal Richtung Tilted gucken, oder? So, ich schaue mal ganz kurz nach oben. Okay, ich sehe Leute in Tilted schon rumschießen. Ich komme. Habe einen gehittet. Der checkt halt gar nicht, von wo ich schieße. Okay, lass mal Richtung Tilted fliegen, oder? Oh, hier fliegt jemand nach oben. Ich fliege auf jeden Fall auch. Nee, aber hier fliegt noch ein anderer nach oben. Der ist auf dem Dach. Auf dem Dach, ja. Der hat eine Sniper. Der ist cracked. Der ist white. Ich push den mit der AK. Ist mir egal. Der ist runtergesprungen. Er ist genockt. Voll Idiot. Hier bei mir. Ich weiß nicht, wo sein Mate ist. Hat er mal gefinished. Hat er was Neues gehabt? Eine blaue AK. Geil. Dann habe ich mehr. Du hast ja noch den Revolver. Ja, ja. Ansonsten hat er nichts. Sein Mate ist da. Habe ich nicht gehittet? 40. 80. Wo ist er? Aufs Dach kommt er. Der hat einen Shotgun. Habe ich noch mal 80? Nochmal 2. Oh, nice. Let's go. Der hat eine Taschenburg. Let's go, Junge. Schüsse aus Tilted noch. Ja, da würde ich gerne hingucken, ne? Aber ich habe halt nur AK, ne? Boah, Loot Drop auch bei Tilted. 38 auf einen. Okay. Ich fliege mal auf den Berg hier. Und danach holen wir uns den Loot Drop noch, oder? So ist es. Der schießt. Links ist er. Ja, ich sehe es. Der zieht durch. Der haut ab da hinten. Unsere Burg. Unsere Burg jetzt. So, unten ist er einer. Ja, nice. Das ist nice. Oh, rechts noch. 38 auf den rechts. 40. Wir können den Bus kaputt machen. Hätte jetzt gerne Dynamit, Alter. 80. Hat er dich genug? Ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug. Nee, nee. Nur gesniped. Ich habe einen Shotgun. Der hat einen anderen pushed jetzt. It's white. Down. Nice. Ja, der ist ruckgepusht. Scheiße, muss reloben. Ich bin genug. 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 Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Ich habe mir einen Shotgun rein. Ja, ich kann nicht fighten. Ach du Scheiße. Der revivt gerade. Der revivt gerade. Wo? Direkt bei mir. Oben. Ja, ich kann nichts machen. Und er hat ihn ready. Ich habe ihn wieder genockt. Dann du snipest noch. Hast du den Sniper gehittet? Nein. Doch, ja, ein bisschen. Er ist cracked. Er ist runtergesprungen. Auf meinen Leich ist noch ein Bego. Glaube ich. Anja, hat er genommen. Nein, ist ein anderes Team. Zieh durch, Bro. Oh mein Gott. Er hat trotzdem. Nein, ich habe den Kill. Let's go, Junge. Du bist rausgekommen. Ich habe deine Karte. So stark. So stark. Ich muss ein bisschen reviven, Bro. Warte, warte, warte. Schau mal, schau mal, schau mal. Vielleicht, der Lootrope ist auch schon weg. Du kannst bei das nicht. Ja, das ist vielleicht noch ein guter Loot. Junge, ich mache gerade Only-A-K-Challenge. Was ist denn das, Mann? Den neuen Waffen gibt es ja gar nicht. Oh, vor dir. Ja. Der Solo? Soll ich? Let's go. Cracked. Down. Let's. Digga, 115 hast du den gedrückt. Die macht so viel Damage, ne? Okay, wir gehen mal ganz kurz hier ins Rifty. Soll ich ins Salty reviven? Nein, das ist deutlich besser. Ja, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch neue Waffen für dich. Und ich brauche Munition. Ich habe nur noch 40 Schuss. Find mal, find mal alles, find mal alles. Leute, Alter, was ist denn das schon wieder für eine Challenge hier, ne? Nicht normal. Nicht, wird schon keiner sehen. Ne, ich glaube auch nicht. Nein, wird schon keiner sehen. Aber Dusty wurde wahrscheinlich gelootet. So. Da bist du wieder. Ja, fein. Glaubst du, Dusty ist wirklich schon gelootet? Ah, auf mich wurde geschossen. Von? Ja, ich weiß nicht, von wo. Hier, ich habe einen Chak-Chak. Nice, fett sie in dir. Brauchst du noch eine Waffe. Ey, bis du eine neue Waffe findest, kannst du auch andere Waffen spielen. Alright, ich habe eine Pam. Ja, nice, dass du wenigstens überlebst hier. Okay, wollen wir unten in Dusty noch leuten? Ja, wir schauen mal kurz in den Wald rein, oder? Ah, da oben schießen die. Oh, ich habe eine AK. Nice. Okay, ich habe einmal gehittet. Die haben zwei Sniper, ja, ich komme runter. Wo genau sind die? Die sind auf dem Berg, auf den großen da. Da hinten in die Richtung, Richtung tiltet. Ja, das kann ja nicht wahr sein, Bro. Oh mein Gott, ich habe hier. Grabbel die hier, hä? Da ist ein blauer Revolver, willst du denn spielen? Ich weiß nicht, was ich weglegen kann. Ja, hier, nimm mal die. Oder nimm, äh, Burg. Wenn du Burg mitnehmen kannst noch. Nice, ich habe noch Boogies. Hier, lass links über Solti wieder hoch, würde ich sagen. Ich habe halt kein Healing auf Reserve, ne? Ich auch nicht. Die sind auf dem Berg hier drüben. Oh, close phone steps. Sneak. Hast du ihn gesehen? Er ist vorbeigelaufen. Oh mein Gott, ich habe getanzt. Hat er dich geboogiet? Ne, ich habe mich direkt geboogiet. 40, cracked. Hab ein Knock. 30, 72. Down, du bist super low, Bro. Ich schmeiß uns eine Festung. Oh mein Gott. Ich muss erst mal zum Heel checken, Junge. Ja, hier ist ein Ding. Hier ist ein Revolver und ein Mad Kit. Hatten die sonst noch Healing? Ne, ich habe geschaut. Die haben sonst nichts mehr dabei gehabt. Wir brauchen Schilder. Okay, ich habe wenigstens wieder Green Life. Ich brauche Blue Life auf jeden Fall. Ja, ich auch. Hier links noch das Rift. Lass mal links langlaufen. Dann schauen wir ganz kurz durch Solti durch, ob wir noch Schilder finden in Solti. Und wenn nicht, dann gehen wir kurz Riften. Okay, let's, let's. Rein in die Zone. Wir brauchen Schild, Bro, Alter. Auf dem Berg, oder was? Auf dem Berg? Ja, das sind noch Kisten, glaube ich. Oh ja. Da gibt es auch Hoverboards, glaube ich. Ja? Oh ja, stimmt. Ja, da liegen immer Hoverboards. Hier findest du immer Hoverboards. Hier hast du jede Runde 50 Hoverboards, Leute. Falls ihr es noch nicht wusstet, ne? Hier ist ein Ding für dich. Schießeisen. Wenn du noch eine zweite Waffe haben willst. Oh mein Gott, Bro. Ach, Classic, Mann. Flo. Da kommt jemand mit der Sipline. Hab ihn gut gettet. Down. Wurde angesniped. Von? Ich weiß nicht. Da drüben. Genau von wo? Das ist sein Mate. 50? 24. Nochmal 24. 27. Oh, wir können den eigentlich pushen gehen. Sein Mate ist auf jeden Fall hier unten genockt. Wahrscheinlich unterm Baum. Okay, ich hab seinen Mate kurz gefinisht. Ah, der muss auch in Zone kommen, ne? Ich komm wieder hoch auf den Berg. Hoverboards gone. Der müsste hier in die Zone kommen gleich. Der läuft da unten. 32. Hier unterm Baum. Schieß den Baum kaputt, wenn du kannst. 34. Cracked. Down. Let's go, Junge. Oh mein Gott, Junge. Bro, lass mir nicht alle Kills, ne? Ich hab dir gesagt, ich lasse dir die Kills die Runde. Ja, Lüge. Okay, an sich machen wir ja gerade ohne Ding, Alter. AK-Challenge. Okay, ich würde sagen, wir müssen wieder irgendwo in den Highground gehen. Ja, ich fetz erstmal Pilze hier rein. Ja, ich brauch auch ein paar. Links ist ein Bego. Fetz du alle Pilze, ich fetz mir den Bego. Ja. Und den Busch. Ich hab immer nur eine graue Arkane. Das gibt's gar nicht. Der graue noch. Ja. Wie scheiße, Bro. Ich hab einfach die blaue schon die ganze Zeit. Okay, wir müssen gucken, Bro. Wir brauchen einen guten Spot, wo wir die Leute auf Long Ranch gehen können. Oh, das ist das von mir. Oh mein Gott. Ich muss rüften. Ich rüfte hoch. Ich geh auf den Berg. Ja. Fliegen die dir hinterher? Ja. Wollen wir nochmal rüften? Über uns. Schieß. 29. Oh, ich wurde gesniped. Oh mein Gott. Und ich weiß nicht von wo. Hast du ne Burg? Ja. Drop. Nein. Ich rüfte danach direkt, ja? Ja. Oder warte noch kurz. Hau dir noch Minis rein. Hier. Ich bringe noch zwei Minis. So, dann halten wir sie aus. Nee, ich nicht. Ich muss jetzt gehen. Ja, go, go. Rift. Okay, wir brauchen einen guten Spot. Haben wir noch Burgen oder so? Ich hab keine Burgen mehr. Ich weiß nicht, wo meine Taschenburgen hin sind. Lass auf das... Oh mein Gott. Lass da rüber gehen einfach. Da ist ein Gegner links. Hier ist super viel Loot. Lass hier kurz schauen wegen Burgen. Warte, da kommt ein Gegner hoch. Da ist ein Mad-Kit oben. Ja. Fetzt ihr im Haus das Mad-Kit. Da hinten ist ein Gegner. Da sind zwei. Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Haben wir noch was? Irgendwo vom Haus vielleicht noch oder so? Oh mein Gott, zieh durch, Bro. Zieh durch, Bro. Die schießen das Haus kaputt. Ich bin Nock. Ach du Scheiße. Bin weggekommen. Nee, der pusht dich, der pusht dich, der pusht dich. Ja, was ist das denn? Egal, ich bin weg. Ja, ja. Was soll ich machen? Nix. Kann ich nix mehr machen. Jetzt muss ich hier solo machen, Bro. Also du kriegst bei und holst mich hier wieder? Ja, wahrscheinlich. Das ist meine Leiche. Kannst du mich doch nicht einfach alleine lassen hier. Digga, ich konnte nichts machen. Ich bin nicht weggekommen. Die haben mich einfach in der Luft gelasert, Mann. Ich muss einfach warten, bis die gegeneinander fighten. Und dann kann ich die Haupts nehmen. Vier Teams, sieben Spieler. Oh, oh. Nee. Drei Teams, fünf Spieler. Hat er mich gesehen? Ich weiß es nicht. Aber der ist safe in der Burg. Ja, ich habe ihn gerade in der Burg gesehen. Kacke, Bro, verpiss mich doch. Okay, die riften. Vielleicht findest du da drin noch irgendwo Schilder oder so. Bist du so schnell? Nee, es sind auf jeden Fall noch zwei ganze Teams. Vielleicht ist ein anderer Mate drin gewesen. Oh mein Gott, du bist der Letzte. Ein Team noch. Nice, let's go. Dynamite, Dynamite. Let's go, Junge. Oh, Baby. Als ob ich das noch geholt habe. Ich habe, glaube ich, nur mit der AK Kills gemacht. Holy Shit, Bro. Elf Kids, Bro. Freunde. Wenn euch diese Runde gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich würde mich extrem drüber freuen. Und schaut natürlich auch bei Flo vorbei. Ist hier verlinkt. Halt sofort. Ihr wisst Bescheid. Entschuldigung. Du bist Bescheid. Untertitelung des ZDF für funk, 2017